An Cara Delevingne geht derzeit kein Weg vorbei. Sie ist schön, unverkrampft und irgendwie auch ein bisschen schräg. Klare Sache, dass eines der bestbezahlten Models der Welt bei seinem Bildbesuch mit cooler Karre vorfährt, um dann in einem sonderbaren Karnevalsoutfit auszusteigen. Egal ob Cara sich beim Vorlesen deutscher Städtenamen die Zunge bricht oder wie hier ihren neuen Film Magos Spuren promotet. Bei Cara gibt es immer eine Überraschung. Ich habe gedacht, aber Modeling ist das, was ich angefangen habe, heute ist es heute. Ich kann sagen, es war eine Profession. Ja, es war sehr slimy und es hat mich sehr aufgerissen. Und wir hatten eine Make-Out-Moment. Wir haben einen Marien-North-Ober. Wir haben einen Mittal-Way. Wir sind all invited. Ich bin nicht wirklich dumm, ich bin nur pretend. Konfirmed. Can you just pretend to speak German and then turn it into a rap or something? Oh no! Not big, snap! Hey, sag mal, ich möchte dich nachher auf, damen und passen hier. Na, du schlagst du nach und boom. Boom, 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 boom. Boom! Ha, 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 ha. Danke, danke.